Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir debattieren hier den SPD-Antrag massiver Einsparungen bei Arbeitsmarkttiteln und falscher Akzentsetzung durch die Teamarbeit Hamburg. Die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik in Hamburg muss transparent und nachvollziehbar sein. Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Arbeitsmarktpolitik in Hamburg, das klingt doch gut. Und um das Unproblematische zuerst zu formulieren, meine Fraktion wird dem Petitum dieses Antrags, das vom Senat Transparenz und Nachvollziehbarkeit in seiner Arbeitsmarktpolitik und die Ablehnung des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 im Bundesrat fordert, zustimmen. So weit, so gut, so unproblematisch. Als sozialpolitischer Sprecher meiner Fraktion und als, das habe ich nach beinahe drei Jahren in diesem Hohen Haus keinesfalls vergessen, HS4-Geschädigter möchte ich dann aber doch einige durchaus problematische Unschärfen dieses Antrags zur Sprache bringen. Was wir zunächst wissen ist, dass die Mittel, die in Hamburg zur Eingliederung in Arbeit von der Werbslosen des Rechtskreises SGB II in den kommenden drei Jahren drastisch heruntergefahren werden sollen. Ausgehend von 187 Millionen Euro in diesem Jahr werden die Mittel in 2011 auf rund 130 Millionen Euro und in 2012 auf 101 Millionen Euro abgesenkt, um in 2013 mit 89 Millionen Euro bei rund der Hälfte der gegenwärtig aufgewendeten arbeitsmarktpolitischen Mittel im Rechtskreis des SGB II zu gelangen. Der Verweis auf die Sparbeschlüsse der Bundesregierung, den Vertretern der BWA und von Team Arbeit Hamburg bei der Verkündung ihres arbeitsmarktpolitischen Streichkonzerts zu bemühen, entbindet den Senat der Freien und Handelsstadt aber überhaupt nicht von seiner Verantwortung. Er verdeutlicht vielmehr, dass es der Senat in der Vergangenheit, dann können Sie da nochmal Frechheit sagen, in der Vergangenheit fahrlässig versäumt hat, sich in der Frage der Integration in Arbeit vom bundespolitischen Diktat zu lösen und eigene Haushaltsmittel für den Erhalt und die Schaffung regulärer Arbeitsplätze und die Realisierung vollwertiger Qualifikationsangebote in die Hand zu nehmen. Dies, meine Damen und Herren, dies wäre nachhaltige Zukunftsinvestitionen ohne den leidigen Drehtüreffekt gewesen, der den bundesrepublikanischen Arbeitsmarktinstrumenten systematisch anhaftet. Diese bundespolitischen Arbeitsmarktinstrumente, und wir sprechen da von den 1-Euro-Jobs und von den sogenannten 16 E-Maßnahmen, sind aber auch, und das muss dann wieder mal gesagt werden, Kinder der SPD. Und wenn wir in diesem SPD-Antrag lesen, dass die Hartz-IV-Betroffenen, und jetzt Zitat, zu den größten Sparopfern der Wirtschafts- und Finanzkrise, Zitat Ende werden, dann, meine Damen und Herren, ist das zweifelsfrei zutreffend. Zutreffend ist aber auch, dass die Hartz-IV-Betroffenen die ersten Opfer der rot-grünen Koalition Schröder-Fischer im Bund waren. Und dies haben sie keinesfalls vergessen. Meine Fraktion heißt die drastischen arbeitsmarktpolitischen Einsparungen des schwarz-grünen Hamburger Senats zulasten der Langzeiterwerbslosen natürlich keinesfalls gut. Das muss ganz offen gesagt werden. Allerdings war es wiederum die rot-grüne Bundesregierung, die durch die Schaffung des Zweiklassungssystems in der Arbeitsförderung, also der Rechtskreise SGB II und SGB III, den prekären Status eines entrechteten Langzeitarbeitslosen Art II-Empfängers als erste geschaffen hat. Auch das ihn noch mal ins Buch geschrieben. In der Regel erfolgt der Absturz in das Hartz-IV-System nach einem Jahr Erwerbslosigkeit. Bei entsprechend kurzen Anwahrzeiten sogar schon nach einem halben Jahr. Die vorgebliche, und da wiederum Zitat aus diesem Antrag, Distanz von Langzeitarbeitslosen zum Arbeitsmarkt, hat die rot-grüne Schröder-Fischer-Administration als erste definiert und in die Welt gesetzt. Um von der strukturellen Distanz des Arbeitsmarktes, von der freigesetzten Erwerbsbevölkerung abzulenken und einen in Europa beispiellos ausgeweiteten Niedriglohnsektor das Feld zu bereiten. Ich darf für meine Person in Anspruch nehmen, nicht nur über Hartz-IV-Betroffene zu sprechen, sondern auch mit ihnen zu reden. Und ich darf deshalb an dieser Stelle auch in Richtung der SPD formulieren, lassen Sie uns über eine transparente und nachvollziehbare Arbeitsmarktpolitik in Hamburg diskutieren. Aber bitte, und hören Sie da bitte gut zu, nehmen Sie nicht länger die rund 200.000 in Hamburg von Hartz-IV-betroffenen Menschen in Geiselhaft, wenn es Ihnen in Wahrheit, und das hat man bei Frau Badde ja wieder durchsprechen lassen, wenn es Ihnen in Wahrheit um die Interessen der angesichts der jüngsten Sparbeschlüsse sichtlich nervösen Beschäftigungsträger geht. Das ist unredlich. Meine Fraktion kann die Sparbeschlüsse des Szenars in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ebenso wenig gutheißen, wie die SPD-Fraktion das tut. Ich will das hier immer betonen, damit wir nicht morgen in der Presse lesen müssen, die Linke würde die neoliberale Sparpolitik von Schwarz-Gutgül heißen. Das tut sie selbstverständlich nicht. Aber, und das hat ja Frau Badde schon vorausgesehen, Wir weinen den Arbeitsgelegenheiten, die nun wegfallen sollen, keine Träne nach. Und wir fordern weiterhin die Abschaffung der verbleibenden 7.250 Plätze. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. So steht es in unserem Wahlprogramm und daran halten wir uns. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, ein Euro-Job sind keine adäquaten Fördermaßnahmen. Ein Euro-Job sind keine adäquaten Fördermaßnahmen. Sie verdrängen reguläre Beschäftigung, sie leisten eine Ausweitung des Niedriglohnsektors Vorschub und sie bringen die Lohnerwerbslosen nicht nachhaltig in auskömmliche, reguläre und würdevolle Arbeit. Sie binden überdies arbeitsmarktpolitische Mittel, die sinnvoll für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen für Qualifikationen eingesetzt werden könnten. In abgeschwächter Weise gilt es auch für die 16 E-Maßnahmen, sogenannte Jobperspektive, die den Arbeitsmarkt verzerren, einheitliche Arbeitnehmerrechte aufweichen und durch die nicht erfolgenden Abführungen an die Arbeitslosenversicherung diese Schwächen und den Drehtüreffekt weiterhin Vorschub leisten. Der SPD-Antrag, den wir gerade debattieren, spricht verschiedene und ich sage hochwichtige politische Aspekte für Hamburg und seine Menschen an. Aber er ist eben auch ein wenig diffus. Ich erkenne die nachfolgenden Aspekte. Erstens die Situation der Hartz-IV-Betroffenen, zweitens die soziale Integration in den Stadtteilen und drittens das Los der Beschäftigungsträger. Zu diesen wichtigen Politikfeldern möchte ich der Reihe nach die Position meiner Fraktion eräutern. Zu eins. Die Situation der von Hartz-IV-Betroffenen. Selbstverständigen hören auch wir im Gespräch mit einem Eurojobber und oft das Argument, dass es eben die sogenannte Mehraufwandsentschädigung von 120 bis 160 Euro im Monat ist, die es ihnen ermöglicht, sich einigermaßen über Wasser zu halten. Und selbstverständlich, selbstverständlich wissen auch wir, dass es eben genau der Betrag ist, der einem von Hartz-IV-Betroffenen für eine grundlegende soziokulturelle Teilhabe im Monat fehlt. Die systematische politische Forderung, die hieraus resultiert, kann aber doch nicht ein Festhalten an den arbeitsmarktpolitisch kontraproduktiven, Entwürdigenden und Entrechnen ein Eurojob sein. Die systematische sozialpolitische Forderung muss die nach einer repressionsfreien und einer würdevollen Existenz gewährleistenden Mindestsicherung sein. Die SPD, deren Antrag wir hier debattieren, hat die Möglichkeit, den erneuten Verfassungsbruch bei der Neuberechnung der Regelsätze, auf den die Bundesministerin von der Leyen geradewegs zusteuert, im Bundesrat zu stoppen. Ich fordere Sie an dieser Stelle auf, sich dafür einzusetzen, solange dieses unterste Netz einer sozialen Mindestsicherung nicht gespannt ist, müssen wir hier gar nicht groß über stark konjunkturabhängige arbeitsmarktpolitische Konzepte diskutieren. Meine Fraktion fordert deshalb eine repressionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 500 Euro im Monat, unabhängig von der NWL weder zu vertretenen noch zu beeinflussenden strukturellen Parteigrenzen hinweg. Dann sollten wir, da ist ein Fehler, da wiederholen wir noch, zu beeinflussenden strukturellen und konjunkturellen Verwerfungen des Arbeitsmarktes. Denn nur so, meine Damen und Herren, nur so nehmen wir den Menschen ihre Zukunft, ja ihre Existenzangst. So dann die soziale Integration in den Stadtteilen, die ja hier von, sowohl von der GAL als auch von der SPD bemüht wurden. Wenn es die Wahrnehmung gibt, dass es Defizite bei der sozialen Integration in den Stadtteilen, wohl weniger an den Elbverorten gibt, und wir teilen diese Wahrnehmung, dann sollte die Behebung dieses Problems selbstverständlich oberste stadtpolitische Priorität besitzen. Logisch. Wenn wir die soziale Integration in der Stadt als einen hervorragenden, als einen hervorragenden politischen Wert erkennen, meine Damen und Herren, und dies tun wir ja wohl über alle Parteigrenzen hinweg, dann sollten wir uns, meine Damen und Herren, dann sollten wir uns diese Wertschätzung auch etwas kosten lassen. Wir brauchen in den Quartieren bestens motivierte Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen und Fachkräfte und Pflegekräfte. Und natürlich kann die Arbeit am Menschen und mit dem Menschen nur fruchtbar sein, wenn sie auch entsprechend motiviert ist. Daraus aber ableiten zu wollen, dass dies auf Kosten der Bezahlung erfolgen soll oder auch nur kann, erscheint zutiefst absonderlich. Es erscheint abwegig auf die Idee zu kommen, die stadtpolitisch hochwichtige soziale Quartiersarbeit ausgerechnet von den sogenannten Billigheimern durchführen zu lassen. So werden die Ein-Euro-Jobber ja von einigen bezeichnet. Ich frage ernsthaft in dieser Runde, ist das Ihr Konzept für die Zukunft der wachsenden Metropode Hamburg, eine soziale Stadtentwicklung in der Billigvariante und zudem je nach Kassenlage des Bundes? Das kann wohl nicht sein. Und schließlich und letztendlich komme ich auf das Los der Beschäftigungsträger zu sprechen. Die Hartz-IV-Reformen haben an die eher, so muss man das wohl bezeichnen, die Hartz-IV-Reformen haben an die eher niederen Tugenden der Branche appelliert. Mir ist kaum wie ein Sozialpädagoge vorgekommen, der im vertraulichen Gespräch nicht über die fachfremden Zwänge, die ihm das Hartz-IV-System diktiert, geklagt hätte. Es ist doch letztendlich der wirtschaftliche Überlebenskampf der Beschäftigungsträger und ihrer Mitarbeiter, der sie in den Interessenkundungsverfahren bei Teamarbeit Hamburg mitpokern lässt. Ich verurteile die subjektive Verfolgung von Interessen keinesfalls. Nur sage ich auch, wir als Parlament, wir als Parlament haben die Aufgabe und die Möglichkeit, zwischen den Interessen, die da aufeinanderprallen, auszugleichen. Und wenn ich nun das bisher entwickelte, noch einmal Revue passieren lasse und eins und eins zusammenzähle, dann haben wir einen, das ist ja im Haus unbestritten, erheblichen Bedarf an sozialer Stadtentwicklung in den Quartieren und wir haben Fachleute in den sozialen Berufen bei den Beschäftigungsträgern. Wenn ich noch mal um Aufmerksamkeit bitten darf, meine Damen und Herren, was liegt also näher, was liegt also näher, als den Trägern ihren originären sozialpädagogischen Auftrag zurückzugeben? Da gibt es doch mehr als genug zu tun in unserem Hamburg, in den Quartieren und das, meine Damen und Herren, wird keineswegs mit einem sozialpolitischen Sparhaushalt zu bewältigen sein. Und, meine Damen und Herren, dann können wir auch weiter über Arbeitsmarktpolitik diskutieren, aber dann wirklich im Interesse der Langzeiterwerbslosen und nicht, indem wir deren Interessen nur vorschieben, in Wahrheit aber die Interessen der durch Hartz IV korrumpierten Beschäftigungsträger meinen, die den Arbeitsmarktpolitikern der SPD zuweilen doch offensichtlich sehr am Herzen liegen. Meine Fraktion, meine Fraktion stimmt dem Antrag der SPD unter den von mir eben ausgeführten Vorbehalten zu und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.